Ich hab' dir aus meiner Rippe gebrochen. Es verdient. Du rennst von den Sachen weg. Ich geh' erst gar nicht hin. Arbeiten. Arbeiten. Kannst du mich doch jetzt nicht allein lassen. Doch, kann ich nicht. Du bist ein Opfer. Du bist ein richtiges Opfer. Katja, wo ist die Lücke? Jetzt konzentrier' dich doch mal. Ich wollte, dass sie dich rausschmeißt. Die kriegt sie schon wieder ein. Hast du Schiss von mir? Hast du ihn angezeigt? Ich mach' mir auch Sorgen. Wo du bist, was du machst und ob du überhaupt noch lebst. Ab, raus hier. Ab! Tja. Woh! Es geht halt. Es geht halt. I hold you until the end, until the end. Ist wirklich weg? Ja. Ja.